Ich habe am Morgen mein erstes Training geleitet und kenne die Spieler, denn ich bin seit neun Jahren sportlicher Leiter. Ich habe mit Elibo zusammengearbeitet und weiß, wie er mit dem Team bis zu diesem Zeitpunkt trainiert hat. Vielleicht müssen wir einige Dinge ändern, aber die Verantwortung liegt auch bei den Akteuren. Normalerweise haben sie eine positive mentale Verfassung und wir müssen versuchen, sie wiederzufinden. Ich habe am Morgen zu den Spielern gesagt, sie müssen die Verantwortung mit dem Trainer teilen. Das ist bei jedem Klub so, wenn die Resultate nicht stimmen. Ich bin zwar kein Zauberer, aber ich möchte etwas Neues schaffen. Jede Person hat ihre eigene Sensibilität und Persönlichkeit. Elibo hat Qualitäten und ich habe andere Qualitäten. Vielleicht funktionieren diese in den kommenden vier Partien auch nicht. Ich werde versuchen, etwas anders zu machen, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich kann es gut sehen. Also kann ich es doch weiter.